Aber du wirst unterstützt von einem unserer engsten Partner, Jim Hayfield, dem Rockstar unter den Autosammlern. Jetzt bin ich aber gespannt. Ist es jetzt wieder Start? Na, dadurch, dass wir jetzt ein Auto verleihen, ist es diesmal kein Start von einer Playlist. Dann doch irgendwie. Dann, let's go. Gib Gas aber, gib Gas, Rolat. Bin gespannt. Wie es sich wieder fährt. Da muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Da muss ich mich definitiv jetzt wieder dran gewöhnen, wie der sich wieder fährt. Auf Zeit mit euch, die kämpfen da, und kämpfen, und kämpfen, und kämpfen. Da muss ich mich dann mal eine Zeit in der Burle. Das 6 und 5, das ist ja Wahnsinn, Alter. Lass mich nicht durch, der Hund. Keine Scheiße, geh. Der gibt dann aber Gas. Aber rutschen tut er, 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 aber rutschen wie ein Piste, eppert. Puh, aufpassen, gefährlich, gefährlicher Hase. Ah, der tut stark rutschen. Der tut sehr, sehr stark rutschen. Das könnte gefährlich werden. Aber wir haben eh noch ein bissel ein paar Runden noch. Zwei Runden haben wir noch, äh, okay. Ja, zwei Runden haben wir noch, damit ich mich wenigstens ein bisschen eingewöhne in das Fahrzeug. Wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Ein bissel rutschen gehört dazu. Einfach nur ein bisschen dran gewöhnen. Einfach nur ein bisschen dran gewöhnen, dann passt das schon. Wird ein bissel auch vom Gas runter und fürs Popale. Das ist das, was du ja auch auskennst. Kein Ding, fahr einfach. So, man, wohnen uns denn wieder vor. Wart, 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 wart. Und wie ich jetzt vor? Ah, dieses leichte Rutschen. Das hat mir jetzt ausgekaut. Das ist wie fix erst. Na, warte, na, warte, na, warte. Ja, wichtig, wichtig. Wichtig, jetzt ein bisseln. Ja, ja, bleib, 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 bleib. Bleib, 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 bleib. Zirko, zirko, zirko. Los, keinen Viere. Los, ja, keinen Viere. Schaut mal. Das kriegen wir hin. Oder nicht. Das tut weh. Alter, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Leg mal her. Alter. Ist das so ins Rutschen? Jetzt kommt an der Hund. Gibt da nicht drauf, aber schaut mal. Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Du, ich hab Zeit nicht drauf. Du Hund. Jetzt kann es gefährlich werden. Jetzt ist dann eh das Ranger wieder fast vorbei. Nein! Du Arschloch! Ach, so kurz davor, eine Schwanzlänge voraus lädt mich am Arsch. Tut weh. Tut weh. Aber jetzt soll ich mich langsam an das Fahrzeug mal wieder gewöhnt. Und ja, es ist halt immer dieser Nachteil. Du kommst, du kriegst jedes Mal ein neues Fahrzeug bei jeder Mission. Das Fahrzeug fühlt sich wieder so an, das wieder so an, das wieder so an. Und du brauchst mindestens einmal entweder bei einer Strecke wieder 50% oder mindestens zwei Runden, damit sie wenigstens irgendwie halbwegs und das Fahrzeug dich dran gewöhnt hast. Und du brauchst nicht mehr so an, das wär der Nachteil, damit sie mehr ganz stark nutzen. Und du brauchst nicht mehr, wenn du lasst das Fahrzeug nicht festst. Echt schlimm. Echt, echt schlimm. So kurz davor. Scheisse! Scheisse! Was ich gesehen habe, was ich gesehen habe, wie ich gleich zum Rutschen begonnen habe, weil wir wieder kämpfen mit mir, Alter. Wie Stepperd Fast in the Furious auf mich bestellt. Aber sowas von... Es war Schesse. Lass dich auch nicht einkasseln. Wehe dir! Wehe dir! Jetzt kriege ich mich hier. Die machen alles hier da vorne. Genau die eine Kurve da. Jedes Mal bin ich ein bisschen zu übermutig dann. Weil ich dann einfach nur sehe, dass ich da der Erste sein möchte. Hm, ist okay. Dann mal wieder die lange. Dann mal wieder die schöne Gerade. Damit ich da vielleicht den ein oder anderen Haverer dann mal wieder überholen könnte. Wenn ich schnell genug wäre. Mhm. 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 Jetzt tue ich auch nicht übertreiben. Jetzt tue ich auch nicht übertreiben. Könnte ich das denn kriegen. Ah, du Hund. Du hast mich wieder ausbremst. Du Hund. Du Hund. Ah. Dritte Runde. Jetzt muss ich Gas geben. Jetzt muss ich Gas geben, Leute. Ich merke schon langsam, dass ich heißer werde. Dann los! Ich weiß. Leise im Pi hat mich zerstört. Und Payday. Ja, ja. Aaaaaaah. So ein Beidl aber. So ein Beidl. Wyoming. Ich habe dort ein paar Mal gespielt. Du weißt schon. Guter Kleinstadtweib. Bergketten. Ich weiß. Wir sind auf Hawaii. Aber die Gedanken sind woanders. Ich mag das Klima hier. Lass dir das jetzt ja nicht nehmen. Lass dir das jetzt ja nicht nehmen. Mach den entspannten Hasen. Mach den entspannten Hasen. Ja. Mei. Haha. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Richtig und richtig. Du bist depper, Alter. Es war mir wieder ein Grauenfall da mit dem Hover. Aber na gut. Die Gegner waren mir nicht wurscht. Na. Die Gegner waren mir echt nicht wurscht. Ha. Wie deri. Ja. War mir echt nicht egal. Was für ein Sieg. Sicher werden viele folgen. Ja. Bei 2,4. Der Musil. Man kann nicht über Masse Gas sprechen, ohne über Drag Racing zu reden. Beides gehört irgendwie zusammen. Richtig geil. Oida. Ich geb nur ein bisschen mit dem Fahrzeug Gas und krieg gleich ein paar extra Punkte. Nur fürs Tempo, Oida. Boah. Das ist ein Hit. Das ist geil. Nur für das sich ein bisschen Gas gibt mit dem Fahrzeug. Das ist geil. Los geht euch mal. Über escape. Gods.